hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen schnellen video ich habe hier ein messerset aus vier bestehend aus vier wurfmessern kommt in dieser ledertasche hier vier stück von wurfmesser und ich übe noch mit wurfmessern ja ich stelle mich jetzt mal eins mal gucken ob das funktioniert vielleicht kann natürlich sein dass es schief geht sag ich ja kann sein dass es schief geht aber wasser werfen und so ein bisschen konzentrationsübung zack daneben wie ich sagte man muss üben kosten oder aufgebers ich weiß es jetzt pack mal den link in die beschreibung ziemlich cool mal so ein bisschen mit messerwerfen zu üben habe ich schon seit ewigen jahren nicht mehr gemacht und wie ich sag guckt euch das an wie hat das geklappt heißt die man dann auch scharf ok material kann ich euch jetzt gar nicht sagen zack naja so also material kann ich euch jetzt leider nichts zu sagen aber messerwerfen ist für mich eine spaßige angelegenheit meintes war noch unter zehn euro und dann mit so einer lederumhänge tasche okidoki ja ich werde jetzt noch ein bisschen üben und sagt danke fürs zuschauen und wie immer gilt tschüss mario schwenkt dort tschüss ab und schwenkt die kappen mit an an hier Yes! 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 Den vierten lasse ich jetzt weg, weil alle guten Dinge sind rein. Ciao! Ui!